Hallo und herzlich willkommen bei RedHogGameWorld. Ich bin der Führer Obtiag nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel WWE Champions. Ich starte mal das Spiel. Vollbild rein und muss gleich sofort den Sound ausmachen. Ah, da ist er. Nein, der darf nicht da sein. Ohne Sound, bitte. Okay, 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 okay. Ich habe die auch noch nicht gestartet. Ich habe die nur gerade runtergeladen und sofort gestartet. Ich springe, ich springe, ich springe Vorfahrt. Ja, nehmen wir das nicht. Dann müssen wir schnell das, das, das. Ne, danke schön. Okay. So, jetzt erst mal eine Minute Pause machen. Scherz. Jetzt will ich erstmal die ganzen roten Punkte abarbeiten. Okay. 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 Da habe ich nur 16 Sterne von 24 im General. Da habe ich nur 16 Sterne von 24 im General. Okay. 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 Here we go. Wow. Okay. Okay. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Wechseln, ok, er braucht Geld Gelb-Schwarz-Rot Gelb-Schwarz-Rot Hmm, sehe ich nichts Gelb-Schwarz-Rot 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 Da ist ein Schweizer Darf ich jetzt auch mal rein? Hm Jetzt Posten mal geht's Denkort Oh Hat das nicht selbst gemacht Na, muss ich immer einen Stern achten Nein, nein, nein Erstmal hier rausgehen So Eine Christian fertig Chicago Und da unten ist noch ein roter Punkt Ach, ganz viele Schauen wir da schnell nach Dann wieder auf die Tagesmission gehen Erhöhe Superstar Level Max Level Max Level Max Level So wie Max Level Das geht nicht So 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 Die Sterne sind voll, heißt das nicht, ich kann Ihnen einen Stern dazugeben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Im Vor, Max Level haben wir gemacht. Ein Stern kostet 99 Gold Scheine, äh 99 Scheine, das sind die, die man sich selber kaufen muss, oder durch irgendwelche Sachen freispielen kann. Oh. Na jutt. Ähm. 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 Okay. Kein Problem. Brauch ich nicht. Glaube ich. So, dann probieren wir es nochmal. Schwarz-Grün-Gelb. wrote er ist ja schon im pure hypnotisch den мой dritten Weg war. Such obligiertes die Kadewehr. Sie también bekennt man. Wenn du mit einem Ratu wie geht. Next die Kärchen mehr Götter erwartet. Schwarz-Grün-Gelb, hier habe ich einen Blauen. Schwarz-Gelb, hier habe ich einen Blauen. Schwarz-Grün-Gelb, hier habe ich einen Blauen. Ach, ich konnte den noch benutzen. Schwarz-Grün-Gelb. Schwarz-Grün-Gelb, hier habe ich einen Blauen. Er hat nichts fallen. Schwarz-Grün-Gelb, hier habe ich einen Blauen. 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 Schwarz-Grün, hier habe ich einen Blauen. Schwarz-Gelb, hier habe ich einen Blauen. Dann nehme ich erstmal Schwarz. Hm, jetzt kann ich gar nichts machen. Für meine Farbe. Normaler Schlag. Danke. Okay. Jetzt kriegst du einen drüber. Ich weiß auch. Ja, damit fahren wir Schwarz. Die Autor. Ja. 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 Ach, ich hatte so einen, oh ja. Ja, 3 Sterne. Das sind 3 Sterne. Jawohl. Na, find mir noch einen Stern. Ach, das schaffe ich mit dir. Mit dem bisschen Energie. Was er nur verloren hatte. Grün, schwarz. Gelb haben wir hier einmal. Schwarz haben wir hier einmal. Können wir den schwarzen, aber ich könnte ihn auch schwarz nehmen. Ach, jetzt hat er rot. Dann nehme ich jetzt die grün. Auf die Hoffnung, dass ich dann auch was schönes mit Lila bekomme. Warum habe ich das gemacht? Grün, schwarz, gelb, gelb. Ach, Mensch. Das ist ja noch ein Pint hier. Was? 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 bin ich hier dran aber es sind auch nur zwei sterne bislang würde ich sagen kürzt du uns da mal ach nur ein stern schweinerei dann kämpfe ich das finale nochmal da war ja auch nur ein stern aber jetzt hätte ich meinen Charakter wieder heilen so schweinerei 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 grün-schwarz-gelb grün schwarz gelb grün ist nur einer da, gelb, passt nicht, hier jetzt ist das dran aber wir fangen mit grün an mit den cold stone stone an ne ich war noch nicht fertig jawohl drei sterne nice das sind noch zwei Sachen, die ich noch nicht ganz gut geschafft habe naja vielleicht beim nächsten mal aber ich probiere es gleich noch mal alleine habe ich denn noch etwas hier, was ich auch machen kann ne ne gut dann würde ich mal sagen, da war es das schon und meine deli ist natürlich schon fertig diese vier aufgaben so dann beende ich das spiel mal und sage Dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao und dann Vielen Dank.